Hi, in diesem Video stellen wir das Flatlift Bildlift System vor. Mit diesem Bildlift System kannst du einen Fernseher in einer Mauernische oder auch direkt auf der Wand installieren. Je nachdem wo der Antrieb des Bildlift Systems platziert wird, fährt das Bild entweder nach oben weg oder nach unten. Das Flatlift Bildlift System gibt es für TV Größen bis etwa 100 Zoll. Solltest du Interesse an diesem System haben, freuen wir uns auf deinen Anruf.